Gott ist ein herrlicher Gott. Er ist der große Ich-Bin, der Ich-Bin. So offenbarte Gott seinen Namen dem Mose am brennenden Busch. Der Prophet Jesaja sah Gottes überragende Herrlichkeit und Heiligkeit. Gottes Herrlichkeit ist die letztendliche Ursache für alles, was existiert. Das gesamte Universum wurde mit diesem Ziel geschaffen, nämlich Gottes Herrlichkeit aufzuzeigen. Jeder von uns wurde für dieses erhabene Ziel erschaffen, Gott zu verherrlichen. Gottes Herrlichkeit, seine Ehre und die Verherrlichung seines Namens sind das Zentrum aller Dinge. Die Vorsehung Gottes hat nur ein Ziel, nämlich seine Ehre. Diesem Gedanken wollen wir heute genauer nachgehen. Zuerst müssen wir einen Blick in die vergangene Ewigkeit werfen, Die Zeit vor der Grundlegung der Welt. Was geschah da? Wir wissen, dass die Engelwelt ein Teil der Schöpfung ist, aber die Engel sind wohl vor Grundlegung der Welt von Gott erschaffen worden, denn sie sangen vor Freude, als Gott die Welt erschuf. Also existierten sie schon vor dem Schöpfungsakt, wie er uns in 1. Mose Kapitel 1 vor Augen geführt wird. Auch Satans Fall aus dem Himmel muss vor der Schöpfung stattgefunden haben. Doch noch etwas fand vor der Schöpfung statt. Der Heilsplan für eine verlorene Menschheit wurde von dem dreieinigen Gott entworfen. Wir beziehen uns dabei auf zwei grundlegende Bibelstellen. 1. Petrus Kapitel 1 Vers 20 Er, Christus, ist zwar zuvor ausersehen, ehe der Welt grundgelegt war, aber offenbart am Ende der Zeiten um euretwillen. 1. Epheser Kapitel 1 Vers 4 Denn in ihm hat er uns erwählt, ehe der Welt grundgelegt war, dass wir heilig und untadelig vor ihm sein sollten in der Liebe. Vor Grundlegung der Welt wurde Christus, der Sohn Gottes, als das Opferlamm für uns sündige Menschen erwählt. Aus Epheser Kapitel 1 erfahren wir, dass auch alle Kinder Gottes in Christus vor Grundlegung der Welt von Gott erwählt wurden. Ich umschreibe es so, wie der Apostel Paulus es hier selbst formuliert. Also auch die Erwählung und Erschaffung seiner Gemeinde in Christus wurde vor der Schöpfung von Gott geplant. In allem ging es Gott immer um seine Ehre, besonders um die Verherrlichung seines Sohnes. Wir sind nämlich durch den Vater erwählt, durch den Sohn erlöst und durch den Geist versiegelt worden, zum Lob seiner herrlichen Gnade. Dreimal betont Paulus dies in Epheser Kapitel 1. Daraus erkennen wir, von Anfang an war der höchste Ratschluss, Wille und Plan Gottes die Verherrlichung seines Sohnes Jesus Christus durch die erwählte Gemeinde. Die Herrlichkeit Gottes, seine Ehre, die Verherrlichung seines Namens sind das Zentrum aller Dinge. In allem, was Gott tut, will er sich verherrlichen. Ein Gang durch die Heilsgeschichte soll uns diese biblische Wahrheit deutlich machen. Beginnen wir mit der Schöpfung. Alle Schöpfungswerke wurden für Gottes Ehre geschaffen. Psalm 19, Vers 2 Die Himmel erzählen die Ehre Gottes und die Feste verkündigt seiner Händewerk. Die Krone der Schöpfung ist der Mensch und Gott schuf ihn nach seinem eigenen Bilde. Warum machte der Schöpfer das so? Er wollte sich in seinem höchsten Geschöpf selber abbilden. Gottes Ziel mit dem Menschen war, dass er in seinem Handeln ein Spiegelbild Gottes sein sollte. Der Mensch war anfangs ohne Sünde und voller Gerechtigkeit. Gott machte den Menschen zum Bildträger seiner Herrlichkeit, mit der er die ganze Erde erfüllen sollte. Der Mensch wurde für die Anbetung erschaffen. Wir finden die innere Ruhe und Zufriedenheit niemals in uns selbst. Erst wenn wir Gott ehren und für ihn leben, dann stehen wir ganz in der Bestimmung unseres Menschseins. Alles, was lebt und atmet, soll den Herrn loben. Doch dann kam der Sündenfall. Und der Kern des Sündenfalls war genau dieser, dass der Mensch durch seinen Ungehorsam Gott nicht mehr die Ehre gab. Der Sündenfall machte den Menschen zu einem Rebellen gegen Gott, anstatt ihn anzubeten und zu ehren. Sehr deutlich wird dies beim Turmbau zu Babel in 1. Mose, Kapitel 11. Was war das Motiv der Menschen, den gewaltigen Turm zu Babel zu bauen? Welche Botschaft sollte das Bauwerk tragen? Wir lesen in 1. Mose, Kapitel 11, Vers 4. Wohlauf, lasst uns eine Stadt und einen Turm bauen, dessen Spitze bis an den Himmel reiche, damit wir uns einen Namen machen. Die Bewohner Babels suchten nicht die Verherrlichung des Namens Gottes, sondern die ihres eigenen Namens. Das stand im Widerspruch zu Gottes Absicht, die er mit dem Menschen hatte. Und was tat darum der Herr? Er zerstörte den Turm, verwirrte und zerstreute die Menschen. Wenn wir uns dann ab 1. Mose 12 den Erzvater Abraham anschauen, dann entdecken wir bei ihm das genaue Gegenteil von dem, was wir bei den Babyloniern gesehen haben. Der Herr sagte zu ihm, geh aus deinem Vaterland und von deiner Verwandtschaft und aus deines Vaters Hause in ein Land, das ich dir zeigen will. Und ich will dich zum großen Volk machen und will dich segnen und dir einen großen Namen machen. 1. Mose, Kapitel 12, Vers 1. Widerspricht dies nicht der grundsätzlichen Zielsetzung Gottes, wenn er hier einem Menschen einen großen Namen macht? Ich denke nicht. Wir müssen daher zuerst das Herz des Abrahams verstehen. Davon lesen wir in Römer, Kapitel 4, Vers 20. Denn er zweifelte nicht an der Verheißung Gottes durch Unglauben, sondern wurde stark im Glauben und gab Gott die Ehre. Abraham gab Gott die Ehre. Darüber freute sich Gott und machte ihn groß. Wer sich selbst erniedrigt und Gott mit seinem Leben groß macht, der wird von Gott erhöht. Wenn wir Menschen Gott groß machen und ihm alle Ehre geben, dann empfangen wir Segen. Gott fand in Abraham also einen Menschen, der nicht seine eigene Ehre suchte wie die Babylonier, sondern ganz das Gegenteil. Er suchte die Ehre Gottes. Solche Menschen will Gott gebrauchen. Denken wir dann an den Auszug aus Ägypten. Warum hat der Allmächtige Israel aus der Sklaverei Ägyptens herausgeführt? Weil das Volk Israel so arm war? Oder weil es ein so lobenswertes und großartiges Volk war? Hören wir einmal, was Psalm 106 sagt. Wir haben gesündigt, samt unseren Vätern. Wir haben Unrecht getan und sind gottlos gewesen. Unsere Väter in Ägypten wollten deine Wunder nicht verstehen. Sie gedachten nicht an deine große Güte und waren ungehorsam am Meer, am Schilfmeer. Er aber half ihnen, um seines Namens willen, dass er seine Macht beweise. Psalm 106, die Verse 6 bis 8. Gott erlöste Israel Denken wir auch an das Gericht an Pharao. Gott wollte Israel aus Ägypten herausführen, doch er verstockte zugleich das Herz des Pharaos, denn dieser versuchte, den Auszug zu verhindern. Warum machte Gott das? Lassen wir ihn selber antworten. Siehe, ich will meine Herrlichkeit erweisen an dem Pharao. Und die Ägypter sollen inne werden, dass ich der Herr bin, wenn ich meine Herrlichkeit erweise an dem Pharao und an seinen Wagen und Männern. 2. Mose, Kapitel 14, die Verse 17 und 18. Wir sehen, dass Gott auch dann seine Herrlichkeit offenbart, wenn er richtet. Das gilt für alle Gerichte Gottes, auch für das Endgericht. In ihnen zeigt er die Herrlichkeit seiner Gerechtigkeit. Gott wird nicht nur gepriesen, wenn er gnädig ist, sondern auch, wenn er gerecht ist. Darum spricht er Recht, nicht zuerst um des Rechtes willen, sondern zum Preise seines herrlichen Namens. Wiederum sehen wir, in allem, was Gott tut, will er sich verherrlichen. Alle seine Aktionen gründen sich auf die Verherrlichung Gottes. Sie machen deutlich, Gott ist der Herr und ihm allein gebührt alle Ehre. Bevor Jesus Christus Mensch wurde, hatte er als Sohn Gottes die volle Herrlichkeit Gottes. Jesus bringt dies in seinem hohen priesterlichen Gebet zum Ausdruck. Johannes Kapitel 17, Vers 5 Und nun, Vater, verherrliche du mich bei dir mit der Herrlichkeit, die ich bei dir hatte, ehe die Welt war. Als Jesus dann Mensch wurde, verstand er den Sinn seines Lebens nur darin, die Herrlichkeit seines Vaters zu reflektieren. Kurz vor seiner Kreuzigung betete Jesus daher auch zu seinem Vater, Ich habe dich verherrlicht auf Erden und das Werk vollendet, das du mir gegeben hast, damit ich es tue. Johannes Kapitel 17, Vers 4 In Johannes Kapitel 7, Vers 18 spricht Jesus über seinen eigenen Dienst. Wer von sich selbst ausredet, der sucht seine eigene Ehre. Wer aber die Ehre dessen sucht, der ihn gesandt hat, der ist wahrhaftig und keine Ungerechtigkeit ist in ihm. Und wie ordnete Jesus sein Leiden und Sterben ein? Gewiss, er ging aus Liebe für verlorene Sünder, ja für uns, ans Kreuz. Er tat es aus Erbarmen. Aber war das der entscheidende Grund? Hört, was Jesus selber sagt. Jetzt ist meine Seele betrübt. Und was soll ich sagen? Vater, hilf mir aus dieser Stunde. Doch darum bin ich in diese Stunde gekommen. Vater, verherrliche deinen Namen. Da kam eine Stimme vom Himmel. Ich habe ihn verherrlicht und will ihn abermals verherrlichen. Johannes Kapitel 12, Abvers 27 Das Ziel des Todes und der Auferstehung Christi war die Ehre Gottes. Um der Herrlichkeit seines ewigen Namens willen wollte Gott das wieder in Ordnung bringen, was die Sünde zerstört hatte. Um die Ehre seines Namens und den Wert seiner Herrlichkeit wiederherzustellen und die gerechten Forderungen des Gesetzes zu erfüllen, verlangte Gott den Tod seines eigenen Sohnes. Jesus litt und starb also zuallererst für die Aufrechterhaltung der Herrlichkeit seines Vaters. Doch dadurch, dass Christus im Gehorsam zu seinem Vater das Erlösungswerk vollbrachte, bekam er bei seiner Himmelfahrt eine noch viel größere Herrlichkeit als die, die er bereits vor seinem Kommen beim Vater hatte. Der Vater gab ihm einen Namen, der über alle Namen ist. Darum hat ihn auch Gott erhöht und hat ihm den Namen gegeben, der über alle Namen ist, dass in dem Namen Jesu sich beugen sollen alle derer Knie, die im Himmel und auf Erden und unter der Erde sind und alle Zungen bekennen sollen, dass Jesus Christus der Herr ist, zur Ehre Gottes des Vaters. Philippa Kapitel 2, die Verse 9 bis 11 In Christus ist die Herrlichkeit Gottes jetzt für uns Menschen klar erkennbar, in seinem Leiden und Sterben, in seiner Auferstehung und Himmelfahrt, wie er Menschen rettet und seine Kinder zu Herrlichkeit und Vollendung führt. Mit anderen Worten, Jesus und sein Evangelium ist jetzt die zentralste Mitte der Herrlichkeit Gottes. Für diese Herrlichkeit ist die Welt blind. Der Gott dieser Welt hat die Menschheit verblendet. Dass sie nicht sehen, das helle Licht des Evangeliums von der Herrlichkeit Christi, welcher ist das Ebenbild Gottes. 2. Korinther Kapitel 4, Vers 4 Es ist das Evangelium von der Herrlichkeit Christi. Und weil der Mensch für diese Herrlichkeit geistlich blind ist, ist Gott der Handelnde bei der Wiedergeburt. Denn Gott ist es, der sprach, Licht soll aus der Finsternis hervorleuchten. Der hat einen hellen Schein in unsere Herzen gegeben, dass die Erleuchtung entstünde zur Erkenntnis der Herrlichkeit Gottes in dem Angesicht Jesu Christi. 2. Korinther Kapitel 4, Vers 6 Mit anderen Worten sagt der Apostel Paulus uns hier, die Herrlichkeit Gottes kann man nur in dem Angesicht Jesu Christi sehen und erkennen. Daher, Christus und sein Evangelium sind die zentralste Mitte der Herrlichkeit Gottes. Paulus nennt das Evangelium auch das Wort vom Kreuz. Das Wort vom Kreuz muss das Zentrum unserer Herzen sein, in unseren Gedanken vorherrschen und der Beginn und das Ende unserer Verkündigung sein. Denn das Evangelium erhebt die Herrlichkeit Christi in seinem Leiden, in seiner Auferstehung und in seiner Erhöhung. Sie gibt der Gemeinde ihr Leben, ihre Schönheit und ihre Kraft. Es geht in allem um seine Ehre in und durch Jesus Christus. Nicht wir Menschen stehen im Mittelpunkt, sondern er. Wir wurden zu seiner Ehre gerettet. Der tiefe Grund unserer Rettung ist sein ewiger Ruhm. Darum nennt Gott seine Kinder auch die, die er mit ihrem Namen genannt hat und die er zu seiner Ehre geschaffen hat. Jesaja 43, Vers 7 Sie sind eine Pflanzung des Herrn zu seinem Ruhm. Jesaja Kapitel 61, Vers 3 Dieser Ruhm und diese Herrlichkeit Gottes sind seine Freude und sein Glück. Er erfreut sich an dem, was er ist und was er wirkt. Er möchte, dass auch seine Kinder sich ebenso an ihm und seiner Herrlichkeit erfreuen. Er möchte, dass sie in ihm glücklich sind. Epheser Kapitel 2, Vers 10 Wir sind sein Werk geschaffen in Christus Jesus zu guten Werken, die Gott zuvor bereitet hat, dass wir darin wandeln sollen. Das heißt, wir sollen etwas sein zum Lob seiner Herrlichkeit. Epheser Kapitel 1, Vers 12 Niemand hat auch nur einen winzigen Grund, sich zu rühmen, dass er gerettet wurde. Wer sich rühmt, der rühme sich des Herrn. Wir waren alle verlorene, unwürdige Sünder, die allein durch die Gnade Gottes gefunden und errettet wurden. Daher kann unser Lobpreis nicht intensiv genug sein. Nur Gott allein gehört die Ehre für seinen Heilsplan und für unsere Rettung. Aber auch mit unserem Leben als Christ sollen wir unseren Gott ehren. Mit unserem gesamten Alltagsleben, mit allen seinen vielen Kleidigkeiten und Herausforderungen sollen wir unserem Herrn die Ehre geben. Der wahre Sinn unseres Christseins besteht also darin, die Ehre Gottes zu fördern. Wir sollen Frucht bringen, dass dadurch der Vater geehrt wird. Johannes Kapitel 15, Vers 8 Wir sollen unser Licht leuchten lassen vor den Leuten, damit sie eure guten Werke sehen, sagt Jesus, und euren Vater im Himmel preisen. Matthäus Kapitel 5, Vers 16 Unser Umgang mit dem eigenen Körper soll zur Ehre Gottes sein, denn ihr seid teuer erkauft. Darum preist Gott mit eurem Leibe. 1. Korinther Kapitel 6, Vers 20 Unser Essen, Trinken und alle anderen alltäglichen Kleinigkeiten sollen Gott Ehre bereiten. 1. Korinther 10, Vers 31 Ob ihr nun esst oder trinkt oder was ihr auch tut, das tut alles zu Gottes Ehre. In Harmonie mit den Glaubensgeschwistern zu leben, gibt Gott die Ehre, damit ihr einmütig mit einem Munde Gott lobt, den Vater unseres Herrn Jesus Christus. Darum nehmt einander an, wie Christus euch angenommen hat, zu Gottes Ehre. Römer Kapitel 15, Abvers 6 Alle unsere Gaben sollen wir im Reich Gottes einsetzen zur Ehre Gottes. Petrus schreibt, Wenn jemand predigt, dass er es rede als Gottes Wort, wenn jemand dient, dass er es tue aus der Kraft, die Gott gewährt, damit in allen Dingen Gott gepriesen werde, durch Jesus Christus. Sein ist die Ehre und Gewalt von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. 1. Petrus, Kapitel 4, Vers 11 Alle Lebensführungen sollen um seines Namens willen geschehen. Psalm 23, Vers 3 Auch unser Leiden als Christ soll der Ehre Gottes dienen. Leidet er aber als ein Christ, so schäme er sich nicht. Er ehre aber Gott in einem solchen Fall. 1. Petrus, Kapitel 4, Vers 16 Daher, wir leben zur Ehre Gottes und Jesus selbst will alle seine Nachfolger zu seiner Herrlichkeit führen. Vater, ich will, dass, wo ich bin, auch die bei mir seien, die du mir gegeben hast, damit sie meine Herrlichkeit sehen. Johannes, Kapitel 17, Vers 24 Wir werden seine Herrlichkeit nicht nur sehen, sondern auch an ihr Anteil haben. Was für ein Ausblick. Wenn der Apostel Paulus über unser Heil in Christus nachdenkt, dann kann er nur ausrufen, denn von ihm und durch ihn und zu ihm sind alle Dinge. Ihm sei Ehre in Ewigkeit. Römer, Kapitel 11, Vers 36 Alles zur Ehre Gottes. Zum Schluss müssen wir auch noch die Wiederkunft Jesu sowie den Himmel erwähnen. Auch die Wiederkunft Jesu wird vorrangig wegen der Herrlichkeit Gottes geschehen. Er wird wiederkommen mit Macht und Herrlichkeit. Wir werden dann die volle Herrlichkeit Gottes schauen. Für alle, die zu Jesus gehören, wird dies Freude bedeuten, denn sie liebten und lebten schon immer für seine Herrlichkeit. Doch für die Ungläubigen wird diese Herrlichkeit Schrecken bedeuten. Aber für die Erlösten kommt noch ein wichtiger Aspekt hinzu. Es heißt, wenn er kommen wird, dass er verherrlicht werde bei seinen Heiligen und wunderbar erscheine bei allen Gläubigen an jenem Tage. 2. Thessalonicher, Kapitel 1, Vers 10 Wir werden die Herrlichkeit Christi also nicht nur sehen, sondern wir werden mit hineingenommen in diese Herrlichkeit. Seine Kinder werden seine Herrlichkeit widerspiegeln. Sie alle werden durch Christus verherrlicht sein. Dann werden die Gerechten leuchten wie die Sonne in ihres Vaters Reich. Matthäus, Kapitel 13, Vers 43 Wir werden nur zum Preise des Herrn auf ewig im Himmel sein. Nur zu seinem Ruhm werden wir einmal bei ihm sein. Die Hochzeit des Lammes wird ein Fest zur Ehre Gottes sein. Wir werden es dann kaum fassen können, wie Gott alles zu seiner Ehre bewirkte. Die vollendete Gemeinde wird ausrufen, das Heil gehört unserem Gott. Ja, er ist der Urheber, der Ausführer und Bewahrer sowie der Vollender des Heils. Alles haben wir unserem Gott und seiner Gnade zu verdanken. Wir werden das Lamm auf dem Thron rühmen. Der Himmel wird voller Herrlichkeit Gottes sein. Um den, der auf dem Thron sitzt und um das Lamm wird sich im Himmel alles drehen. Und wir werden niederfallen, unsere Kronen ablegen und den allmächtigen Preisen. Du bist würdig, unser Herr und Gott, die Herrlichkeit und die Ehre und die Macht zu nehmen. Denn du hast alle Dinge erschaffen. Und deines Willens wegen waren sie und sind sie erschaffen worden. Offenbarung Kapitel 4, Vers 11 Wir sehen also, die ganze Ewigkeit hindurch werden wir Gott loben und preisen. Wir werden ihm die Ehre geben. Denn alles, was er erschaffen hat, alles, was er getan hat, das geschah alles um seiner Herrlichkeit willen. Genau diese himmlische, zukünftige Ewigkeitsszene hatte Gott schon vor Grundlegung der Welt in der vergangenen Ewigkeit geplant. Vor der Schöpfung plante er bereits die Erlösung durch seinen Sohn Jesus Christus. In Christus sah er schon alle, die Christus die ganze Ewigkeit hindurch preisen und dienen werden. Das Endziel aller Dinge ist die Verherrlichung des Lammes, des Sohnes Gottes durch sein Volk, seiner Gemeinde. Schon jetzt lebt die Gemeinde in dieser Himmelsatmosphäre der Anbetung. Sie betet ihren König und Herrn Jesus Christus an. In dieser Zeit noch in Schwachheit und im Zerbruch. Dann aber im Himmel wird diese Anbetung zu einer ganz anderen, unbeschreiblichen Dimension durchbrechen und dort in der Herrlichkeit bei Jesus wird sie für immer vollendet sein. Alles, was Gott getan und gewirkt hat, hat er für seine Herrlichkeit und Ehre getan. Und über diesen großartigen Gott dürfen wir uns jetzt schon freuen und über ihn jubeln. Das ist der Wunsch Jesu für alle seine Nachfolger. Sie sollen seine Herrlichkeit sehen, sich an ihr erfreuen und an ihr satt werden. Es geht in allem um die Herrlichkeit Gottes. Möge der Herr uns und in unseren Gemeinden wieder einen neuen Geschmack für seine Herrlichkeit schenken, denn sie ist das Zentrum aller Dinge. Amen. 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 Vielen Dank.